Guten Tag. Wir werden uns heute mit Personalentscheidungen für den oder die hohe Beauftragte und den oder die Arztpräsidenten befassen. Ich glaube, wir werden Entscheidungen treffen können. Ich hoffe es jedenfalls von meiner Warte aus. Und ansonsten werden wir den ukrainischen Präsidenten in einer sehr ernsten Situation zu Gast haben und mit ihm diskutieren. Insofern also ein sehr spannender Rat. Danke. Danke.